Herzlich willkommen bei Festo, dem führenden Unternehmen in der Automatisierungstechnik. Als idealer Partner begleitet und unterstützt das Familienunternehmen seine Kunden auf dem Weg zu technischen Höchstleistungen. Seit über 90 Jahren hat sich das Familienunternehmen Festo als Innovationsführer in der Automatisierungstechnik etabliert. Auch wir bei Festo Schweiz dürfen auf eine mehr als über 60-jährige Erfolgsgeschichte zurückblicken. Besonders stolz sind wir auf alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die tagtäglich mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung innovative Lösungen zusammen mit unseren Kunden entwickeln. Wir vernetzen, wir digitalisieren und wir begeistern. Ganz einfach, wir sind Festo. Der persönliche Kontakt ist bei Festo besonders wichtig. Die Telefonagenten beraten rasch und kompetent bei sämtlichen Fragen zu Produkten und Dienstleistungen. Wir setzen mit Begeisterung unser Wissen und unsere Erfahrung im Dienste unserer Kunden ein, um diesen die bestmögliche Lösung zu unterbreiten. Dabei ist mir die schnelle, flexible und persönliche Beratung sehr wichtig. Hochwertige Engineering-Dienstleistungen bilden ein großes Plus für die Kunden. Dabei definiert allein die Anwendung, welche Technologie am besten passt. Ob pneumatisch, servopneumatisch oder elektrisch. Festo berät technologieunabhängig. Sales Engineers und Experten im Innendienst erarbeiten gemeinsam die bestmögliche Lösung für jede Aufgabe. Sie unterstützen während der gesamten Projektdauer. So können sich die Kunden ganz auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren. Mit Grossemela erarbeiten wir gemeinsam mit unseren Kunden optimale Lösungen für herausfordernde Applikationen. Die hierfür eingesetzten, zukunftsgerichteten Technologien erhöhen die Produktivität. Für mich persönlich stehen dabei sowohl die technischen als auch die wirtschaftlichen Bedürfnisse des Kunden im Fokus. Neben den mehr als 30.000 Katalogprodukten bietet Festo auch maßgeschneiderte Kundenlösungen. Ob Anpassungen von Standardprodukten, einbaufertige Handlingsysteme oder individuell konfigurierte Schaltschränke mit Atex-Zertifizierung. Das Unternehmen liefert die passenden Systeme für alle Bereiche der Fabrik- und Prozessautomatisierung. Festo Didaktik ist weltweit führend in der industriellen Aus- und Weiterbildung. Das Angebot umfasst praxisnahe Lernsysteme für Bildungseinrichtungen aller Stufen. Darüber hinaus verschaffen Training und Beratung produzierenden Unternehmen einen wesentlichen Vorsprung. Denn das Know-how der Mitarbeitenden ist nicht nur bei Festo der Schlüssel zum Erfolg. Wir betreuen unsere Kunden direkt, individuell und persönlich. Dabei setzen wir das konsolidierte Wissen von Festo gezielt in die Entwicklung innovativer Produkte und der Beratung unserer Kunden ein. Das partnerschaftliche Zusammenarbeiten mit unseren Kunden ist für mich von höchster Priorität. Festo investiert nachhaltig in die Zukunft. Tradition und Innovation vereint in einem Unternehmen. Dies ist die Basis für die erfolgreiche partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Kunden und deren Erfolg. Wir sind Festo.